nice game maids gg naja klar alter jungs sollten doch mal kurz essen was seid ihr für mutter hast du da direkt ins nächste rein oh henke wichtig aber ein bisschen über die außen spielen nein komm 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 den noch mal das können wir gewinnen das haben wir eben auch schon gesagt ultra scheiße wir sind super helden ich habe kein boost egal ich muss dich allein lassen es tut mir leid kevin achtung mitte selben ab habe ich das selbe anscheinend joki sorry alter ja der screen habe ich fix your game epic games komm der kommt jetzt da kommt richtig schiff hänke nein ich bin so dick hänke kannst du zu mir passen ja schöner passt gern habe ich habe ich auch hin weg oh der ist langsam der kommt langsam komm und hänke w habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich warte warte ich lass ihn einmal bouncen und jetzt zack geht's verdorfen sehr gut sehr gut oh oh nein nein da kann ich nichts machen da kann ich nichts machen oh nein das kommt bestimmt auf tik tok ja wenn das meine schulkameraden sehen was machen die dann lade ich dann aus ja sex machen die dann ja miteinander mit dir ja miteinander um dich oh jungs pass auf jungs ne ne jungs wow hänke hänke was machst du ich hab ich hab gespielt wir haben so geklatscht du bist auf k na ey man ich weiß doch auch nichts hänke noch so ein ding augen wink und da ist noch ein spruch kieferbruch und im endeffekt wird das man hier eingesteckt ist der beste line von wem von 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 bei von wakast von 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 Ich bin Tor, ich bin Tor, ich bin Tor. Ich bleib auf Tor, ja? Ja, klar. Komm direkt aufs Tor. Wichtig, gut. Oh. Sorry, kleiner Stoßer, kleiner Stoßer. Oh nein. Kleiner Po-Stoßer. Oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, wir sind alle, wir sind zu dritt drauf. Nein. Wir sind zu dritt drauf, ihr Vollidioten. Ich bin Schweinsteiger. Guckt euch an, wir sind zu dritt drauf. Was darf man nicht machen? Ich bin Podolski. Du musst Shotcaller sein, okay, Henke? Ja. Hier, du bist dich. I am Podolski, I am already Podolski. Oder das Canis Banger. Den hab ich, der hab ich. Der kommt. Kevin hat den. Schön, Kevin. Kevin sabotiert uns. Der kommt. Habik. Habik. Ich war Draw, Männer. Oh, kalt ist für dich. Ja, kann ich nichts machen. Ich hab ein bisschen Druck gemacht, weißt du? Druck auf die Außen, Außenlinie. Okay, okay. Oh, okay. Oh, jetzt hat er vorne, komm. Ja, richtig. Na, den krieg ich nicht mehr. Ich hab mir Big Boos. So richtig toll, die Juiste-Controller-Stick gerade. Die kommt mit Podolski-Salat. Toll. Oder kommt, der kommt vielleicht gut. Henke, kannst du mir irgendwie passen? Nee. Ja, ich guck, dass die Gegner vielleicht den. Ja. Ich guck schön. Nee, ich nehm den nicht. Huge. Oh, warte. Hat er halt gemacht? Nein! Ich fasse das nicht. Junge, oh. 4-0. Das war so nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war nix. Aber dir meinen Einsatz gesehen. Ich hab's noch wirklich versucht. Ich fand's richtig geil. Komm, ich geh raus. Okay. Ich geh auf einen großen Rebound. Hä? Das sollte ein Big Rebounder werden. Ich mach den. Oh, der ist... Oh, oh, weißt du? Ja! Ja! Ey, ist doch alles offen. So. Ich stehe 4-1 einfach. Ja, aber jetzt ist jetzt die Moral gebrochen von den Gegnern. Mhm. Ich hol bloß direkt, komm. Komm. Ich geh an die Wand, ich geh an die Wand. Ich auch, bin dumm. Sehr gut. Sehr gut, Kai. Schön, Hanky. Ja. Hanky Bär. Also alles, was mit Wand zu tun hat, kann ich nicht, ne? Wolle ich nur sagen. Oder nach vorne, komm. Also vorne, komm, Jungs. Moment, oh, da war's. Komm, ein Gefühl, ein Gefühl. Einfühl. Einfühlständer, komm. Oh, den habt ihr hier, Henke, fliegt. Nee. Jetzt, 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 der ist drin. Komm, Männer! Das drin! Ja! Ich hab' gewonnen. Geil. Das war gut. Winnie-Pock-Smoking. Bei unten stehen elf Meter, ja, ja. Ja. Ihr müsst, einer von euch muss gescheiden. Kevin, Kevin, Kevin. Einfach ein letztes Tor gewinnt, die gab's so, weil so ein Ranking-Game. Nee, ist er so. Die machen nichts. Oh. Letzte. Tor hat gewonnen. Also, eigentlich wir. Sorry. Gut, guter Call. Easy, pas trop de difficulté. Oh, das ist bestimmt, dass wir Loser sind, auf Französisch oder so. Hä, guck mal, diesen Gold und Platin, ich versteh's ja nicht. Kurz Pause, ich muss kurz ein kleines Essig machen. Nein, Kevin! Hast du nicht so ein Gaming-Strahlen, wo du dann das Essen einfach essen kannst? Ja, wo das durchfrittiert wird oder so. Ja, ja, ja. Ich kann mir das kurz, ähm, ich kann mir das kurz im Mixer hauen und einfach als Juice trinken. Nee, so intravenös. Ja, ich hab so ein Ding, ich hab so, ich hab so eine Infusion krieg ich. Ehrlich? Ah, okay. Ja, ja, da ist so, so Burger und so alles. So ein Big Mac einfach durchs Rohr durch. Ja, ja, ist gut. Hast du da so einen kleinen, äh, so einen kleinen Code, dass man so ein paar Prozente sparen kann? Ja, äh, Papa L, Code Papa L. Hm, nice. Hm. Wie viel spart man da? Äh, zwei Prozent. Nein. Zwei! Cool, ne? Ja, ja. Danke, Mann. Komm. Tschüss. Delete. Na- Gardone. Auf. Suppание.